Mein Name ist Genzer Günther, ich bin Kranführer seit meinem 23. Lebensjahr. Also ich stehe um ca. 5.30 Uhr auf, dann mache ich mir jetzt immer ein kleines Frühstück. Dann fahre ich mit der S-Bahn auf die Baustelle, im Container ziehe ich mich um, dann quatsche ich mir noch ein bisschen mit den Kollegen und dann gehe ich hoch auf den Kranz oder sicher um die 7 Uhr. Also ich bin zwar sehr viele Kräne gefahren, auch Autokräne, aber da auf der Hagemarienhof, direkt in München, das ist eine große Herausforderung. Was ist denn? Morgen. Willst du? Ja, das steht schon vor dem Tor. Können wir direkt loslegen? Ja, wir gehen von draußen. Ja. Um so Kranz zu bedienen, dann müssen wir einen Kranzhausschein haben, dafür müssen wir die Entfernung abschätzen können, ein räumliches Vorstellungsvermögen haben und auch körperfähig zu sein. Also jeden Morgen 232 Stufen, das ist eine Menge, aber es läuft nicht. Das Besondere von dem Kran ist die Höhe von 70 Meter und vor allem die Troglost. Der so erhebt 48 Tonnen und die 65 Meter Ausladung noch 16 Tonnen. Das ist für einen Turm-Troglost schon etwas Außergewöhnliches. Ich habe oben zwei Joysticks, rechts habe ich den Hub, links habe ich Schwenken und die Katze raus. Dann habe ich noch ein Fußpedal für unseren Funk und seit kurzem haben wir auch noch eine Kamera, die kann ich auch noch zoomen. In meiner Kabine habe ich so alles, was ich brauche. Filmmaschine, Radio, Funkanlage, Heizung, Klimaanlage, sogar eine Kamera haben wir. Und dann haben wir noch ein Bissuar gebaut, aber da machen wir jetzt die Kamera aus. Wenn Zeit ist, dann gehe ich in die Mittagspause runter zum Kollegen im Container. Aber manchmal lasse ich die Zeit nicht zu, dann nehme ich die Brotzeit hier oben zu mir. Mein Arbeitsplatz ist schon ganz was Besonderes. Ich genieße jeden Tag die tolle Aussicht. So, bitte einmal langsam hochziehen. Bei dieser Höhe habe ich unten einen Kollegen mit dem, was ich über Funk verbunden bin. Und der mich reinweist und genau sagt, wo ich hinfahren soll. Weil das kann man oben nicht mehr so genau machen. Genau, noch die Katze ein bisschen rein, bitte. Das Spielwerk ist bei dieser Höhe ganz wichtig. Man muss sich gegenseitig verlassen können, dass man die Arbeit sicherer im Nahrungsreminis ausführen kann. Das passt, Götter, danke. Schwenk ihn wieder nach links, bitte, und danach die Katze wieder raus. Also, ich habe mir den ganzen Tag verschiedene Lusten. Wobei mir die bisschen schwerer sind. Lieber sind wir uns die Leichten. Mit den Leichten töten wir viel schwerer, weil bei der Höhe der Kran einfach ein bisschen träge ist und nicht zu schnell reagiert. In der Regel ist für mich um 18 Uhr Schluss. Dann schalte ich oben den Kran ab, mache die Windfreistellung rein, die Klappe zu, dann gehe ich runter. Wir haben eine tolle Beleichtung für den Kran. Die Nachricht noch ran und dann geht nach Hause. Einen Experten Der Untertitelung – Rabbein Einfach und Engstimmung Einfach und Kran Das war es für uns gerechnet. Und gegen PLA Der Kapital liegt